bereits am Markt verbreitet, hat CGI, die Firma Sizes PLC, mit allen Unternehmensteilen übernommen. Der Deal wurde finalisiert am 18.12. letzten Jahres. Somit sind wir jetzt als ehemaliger ANOVA Teil der Sizes Media Solutions auch Teil der CGI geworden. Das gleiche gilt für das Team in Dortmund. Das Team in Dortmund, die sich um das Produkt Dira, um die Produktlinie Dira kümmern, sind ebenfalls im Zuge dieses Mergers in die CGI übernommen worden. Die Teams in Dortmund und München werden so erhalten bleiben, wie die sind. Der Michael Thielen wird der Vice-Präsident für das Team in Dortmund werden und ich werde die Rolle für das Team hier in München übernehmen. Für den operativen Bereich erwarten wir da überhaupt keine Änderungen. Das wird also nach wie vor genau so sein, wie das bis jetzt in den Teams auch ist. Also CGI hat den Unternehmensbereich Media innerhalb von Sizes für sich entdeckt. CGI hat ein klares Unternehmensziel, den Anteil von IP-Umsatz, also von Produktumsatz innerhalb der Firma, innerhalb von CGI, von momentan 22 Prozent auf 30 Prozent zu steigern. Da sind wir im Bereich Medien eigentlich perfekt geeignet, um hier den entsprechenden Beitrag zu liefern. Also es gibt ein sehr, sehr klares Statement von CGI, die einem sagen, das ist das letzte Mal, dass ihr gekauft wurdet, wenn man gekauft wurde von CGI. Also es steht nicht im Vordergrund, was zu kaufen und anschließend wieder zu verkaufen und daraus Gewinn zu schöpfen, sondern ein langfristiger Invest. Wir werden von den großen Ressourcen, von der Verbreitung von CGI weltweit profitieren können. Das heißt die Vertriebswege und Ressource-Kanäle stehen uns jetzt innerhalb von CGI zur Verfügung. Wir sind da schon auch in Gesprächen und momentan wirklich begeistert, wie wir da von CGI unterstützt werden. Deswegen absolut positiv gestimmt, dass das in Zukunft sich auf unser Geschäft sehr positiv auswirken wird und natürlich auch für unsere Kunden positive Auswirkungen hat, Produkte schneller weiterentwickelt werden.